Tadaa! Wir sind wieder hier im Kriegsgebiet und ich glaube, damit hat es jetzt gar nicht gerechnet, dass ich mich jetzt hier durchbashen werde. Soll ich nicht mit Schmackes? Ich werde es jedenfalls probieren. Ich schicke in diese Richtung, in diese Himmelsrichtung werde ich ein ganz viel Helikopter nachschicken. So, oh, hier kann ich auch wieder ein bisschen ballern. Alle, ihre ganzen Leute, ey. So, Feuer! Vielleicht kriegen wir die Doppelgabe von ihm voll. Unsere allgemeine Doppelgabe. So. Ah, Mist, ey. Jess hätte bestimmt geschafft. Oh. Oh, eine Rakete, genau vor dem Dings geschossen. So, ähm, komm schon. Jetzt fehlt bloß noch ein minimales bisschen, dann ist die Gabe voll. Ja, oh, super. Hat nicht geklappt. So, wie viel ist hier noch Entdeckung? Ähm, egal, ich greife an. Ich greife. Oh, no, yeah. Bremsen. Hm. Ja, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's richtig ab, Alter. So, es ist, es sollte von Mut, mich herauszufordern. Und von Torheit. Ja. Panzerfahrten. Äh, Fahrten. Bau, 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 bau. Also, was mach ich als erstes? Boom. Und dann fahr ich hier nach oben. So, natürlich ist seine Gabe jetzt ein bisschen doof, also weil er auch an erster Stelle ist, damit, ich glaube seine Defensivfähigkeit wäre auch nochmal krass verstärkt und sowas, ne? Aber wenn er nicht an erster Stelle, äh an letzter Stelle denn ist, dann zählt ja doch eher die Gabe von unserer lieben Chess. Chess. Und ja, ich baue Flugzeuge, obwohl Chess schwach ist mit Flugzeugen. Aber hey, man, was soll's. So, ich könnte es ja noch, ich könnte ja noch dieses kleine Dinger erwischen. Heike, alles belegt. Yes, und wechsel zu Chess. Ich werdet schon sehen, wie das gehen wird. So, Fehler wieder weg, Fehler wieder weggemacht. Boah, Alter, ist das krass. Sie wird so mega stark. Yes. Hat nur 10? Verdammt. Das kann ich nicht zulassen. Wie sieht es jetzt hier aus? 5. Ähm, na komm, der fette Neuner hier muss den angreifen. Boah, 80 Prozent. Fäum. Oha. Und sie hat ihre Gabe auch bald wieder voll. Die alte, ich sollte, glaube ich, jetzt... Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo soll ich jetzt eher durchpäschen, aber... Ich glaube, das liegt alles hier jenseits von Gut und Böse. Verdammt, ey. Ich würde halt gerne ihr Ferndinger zerstören, aber ich habe ja nur TDPs hier. Na gut. Muss der dicke Kampfmann sein ein bisschen leiden. Er muss immer leiden, wenn ich hier zocke. Das geht doch nicht. So. Und zerstören. Bam, 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 boom. Alles klar, Mann. Oh yeah, yeah, yeah. So, den. So, naja, okay. Na ja, okay, warte, weit kann der jetzt eigentlich fahren. Schade. Den kann ich aber momentan her schicken. So, das reicht, der wird hier beim nächsten Mal eingeladen, der Rote. Und fährt nach unten. Dann nimmt man endlich mal dieses andere Scheißding da ein. Da, da. Yeah. Ja, 10% der Autos sind 20 abgezogen. Ist schon klar. Da, 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 da. Voll weggeburnt. Und sind ihre Gabe voll die alte. Verdammt, Mann. Ach, das wirkt schon. Ich schick einfach auch Helikopter nach, oh yeah. Aber irgendwo muss ich hier mal durchbashen. So, ähm, das war's. Oh, ja, 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 ja. Okay, setzt die Gabe nicht ein. So, dass er das macht, war klar. Verdammt. Wow. Oh, nur drei. Ist ja geil. Da werde ich jetzt gleich durchballern. So. Okay, es ist wieder ruhig geworden. So, der kann bis ich wie weit ballern hier. Aber mit einem Prozent wird der, den wir nicht kratzen können. Oh, aus dem Garten kann ich ihn sowieso töten. So. Alles klar, Mann. Dann haben wir bald selber die eigenen Pläne, ey. Das wird geil. So, sie hat ja schon 11 Bauten. So, dann musst du jetzt ja mal hier weg. Der muss für drei Züge einnehmen. Aber macht er nix. So. Ja, dann bashen wir uns jetzt hier durch. Und nehmen auf Kosten des Helikopters leider dann das Abwehrgeschütz auseinander. So, kann der irgendwie noch? Nee. So. Wird der Platz machen. Völlig übertrieben. Oh! So. Und dann jetzt halt so, schön die Hälfte trotzdem Schaden machen. Auch wenn die gute Jazz ja ein bisschen schwach ist mit Helis. So, dann einfach die neu hinstellen. Kurz mal heilen. So, wir ziehen inzwischen aus. Okay. Wir sind genau zur richtigen Stelle am richtigen Ort und werden das ja alles einnehmen. So. Alles wieder zurückerobern. Und die Leute kommen langsam nach. Schön als Nachhut. Als Nachzügler. So. Ähm. Und. Ja, warum nicht? Alle schön schwächen. Tum, 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 tum. So, krass, ey. Gegen Panzer sind die echt nahezu machtlos. So, noch Speer. Ähm. Oh, da steht ihre Gabe gleich voll, ey. Special Gabe, oder? Und darauf wartet sie auch. Nee, doch nicht, ja. Ich bin Candy. Ja, wir wissen, dass du Candy bist, man. Ah, ich weiß mehr, wie sie hieß. Nee, halt. Nee, halt. Ich wollte gerade sagen Lash. Aber ich glaube, Lash, so hieß Cat. Im Original. Könnt ihr euch das vorstellen, Mann? Sie heißt Lash. Warum auch immer. Und warum. Sie hat mit ihren. Leute, sie hat mit ihren Flags nicht meinen Helikopter zerstört. Warum denn nicht? Alter, ich glaube, sie will uns dadurch dissen. Ich glaube, sie denkt, wir werden sie hält sich wohl komplett für was Besseres, diese Alte. So. Ähm. Ich baller lieber von Weitem einfach. Eher da einen Tunnel durchzuballern. Mach ich lieber so, die alle tot. So, das dauert dann durch jetzt hier ewig. Knaps. So, aber. Wir haben ihren Gleichstand wieder ausgeblügelt. Da, 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 da. Äh, nee, halt, gleich. Gleich. Muss hier. Zack, das nimmt er dann ein. Gut. Jetzt wird er mal ein bisschen hier. So. Auf jeden Fall wegen dem Helikopter muss der erstmal draufgehen. Ja, schau. Boah, der Übel, Mann. So, was soll das denn jetzt? Baut sie erstmal einen Raketenwerfer. Ist klar. Was soll denn das, Mann? Mh, 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 mh. Jetzt hat sich auch noch so eine fetten Mecheinheiten. Na, ich musste auch da durchballern, ne? Ich musste auch unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Und, na ja. Ich werde die Suppe schön auslöffeln. Aber wir sind schon auf einem ganz schön späten Tag. Da muss der Regal aber auch noch dazwischen funken. Aber wir haben ja, ihr seht ja schon, hier gleich kommt Fettiboletti. Kommt hier gleich auch noch von der anderen Seite angefahren. Dann haben wir Zweikampfpanzer. Ja, lieber schwächen. Ja, doch. Schwächen wir die Typen. Geil. So. Und dann hier den. Finischen. Feuer! Abgeschossen. Voll das Schießungskommando. Aber so muss das hier sein. So. Düftig ohne aushalten. Ist ja keine Mecheinheit. Jawohl. So. Dann, ähm. Ach. Denk ihrer Eingabe müssen wir jetzt hier mit geschwächten Einheiten daherfahren. Aber ist okay. So. Oh, oh. Und Tschüss. What? Oh. Ausgelöscht. Ja, mein Helikopter ist da nicht rangekommen. Oh mein Gott, sie lernt dazu. Nein. Oh. Ich glaube, die Bewertung wird jetzt nicht so obergeil. onondondond dedi Na, mach mich jemand mal. Vor allem ist mein Nachschub gleich finito da unten. Aus der Richtung. So, so. Knacks. Na, Vater, was mache ich jetzt? Äh, ich kann ja erstmal nee, ich speer einen. Nee. Hä, was tun. Was tun, was tun, was tun. Hier durchballern. Dahin 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 dahin. Da würde ich halt gerne ähm Ja, ich mach hier einfach mal einen Durchgang. Einfach so. Ich besetze ihn nochmal ein bisschen. Der wird dann noch ein bisschen brauchen. Ein bisschen braucht er noch. Ja, das Flak oder die Mecheinheit. Na komm. Feuer! Bämst. Da muss ich trotzdem aufpassen. Die darf da nicht durchkommen. Aber wenn sie durchkommt, ist schon mein Dings voll aufgeladen. Oh ne, den kannst du ja auch abballern. Verdammt! Äh, äh, äh. Das macht ja auch keinen Schaden. Ich hoffe. Du kannst dich einfach abhauen. Doch. Ne, lieber nicht. Ich hab recht, das geht doch nicht so leicht. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Na komm schon. Was machst du jetzt? So, den noch kurz aus dem Weg fahren. Ups, nein. So. Ja, ich muss den wegmachen. Einnehmen kann ich immer noch. So. So, dann mal hier angreifen. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht auch nicht. Jawoll, weggeholt. Boom. So, da kommt der Speer. Kommen da Leute andere Menschen hinterher. Dann, ähm, ne, Kampfheli nicht. Jetzt ist erstmal Schluss mit Kampfhelis. Die haben jetzt nicht sowas gemacht. Dann hier unten einen fetten Kampfpanzer. Der fährt dann da hoch und dann muss ich jetzt aber den hier wegfahren. Der wird sonst abgeballert. Äh, hm. Äh, hä, hä. Okay, Helikopter. Flieg mal da hin. Oh, das war aber knapp. Der kann die nicht erwischen. Ist zu hardcore. Okay, dann warten wir mal. Ah, sieht doch mal gut aus, ey. Guck mal, wir haben die doch schon voll abgedrängt. Äh, was zum Ist so geil, dass sie mit ihrem Okay, sie hat es geschafft. Verdammt. Äh, mit so einem normalen Typen. Feuer. Yeah. Ich bin Candy. Äh. Oh, sie kann Sie hat ihre Gabe nach ihrem Zug eingesetzt. Ist ja auch richtig nett, ey. Okay, jetzt reicht's aber, Mann. Gleich Special-Gabe hier voll. Oh, das braucht er ja auch noch hier länger. Äh, äh. Das dauert. So, wir haben inzwischen äh, fährt hier. Mann, ey. Auf fünf Runden, oder was? Äh. Ich schaff das schon, Leute. Ihr müsst mir nur vertrauen. Mhm. Tschüss, Mann. Ähm, ähm, ähm. Bämms. 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 So, ja, was jetzt? Wo sind denn meine ganzen... Wo ist denn... Ach. Ich weiß auch nicht. Achso, halt. Ich hab ja hier einen guten Helikopter. Ne, der kann ja schön dämmen. Der kann nicht so viel Damage machen. Aber man hat jetzt wieder ihre fetten Verteidigungen hier, oder was? Äh. Kampfpanzer. Ah, der Biesin geschwächt sein ist denn echt blöd. Ich glaube, ich muss wieder gleich wechseln und dann auf Doppelgabe hoffen. Äh. Ich bleib einfach mal an. Da-na-dam-dam-dam-dam-bum-bum. So. 6 zu 3. So, wieder einnehmen. Bumm, klauen wir ja noch was. So, und der muss ja leider mal hier wieder... Der muss ja leider rüber zu dem anderen, damit der da mal fertig wird. Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Wie sieht's aus hier? Wie sieht's schlecht aus? Dann soll er halt zur Ablenkung dienen. Yeah! Dum, dum, bam, 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 bam. So. Ähm. Die heilt sich wieder um zwei, hat sie fünf. Na, was soll's. Jum, 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 boing, okay. Ähm, was kann ich bauen? Nicht so viel. Jum, so, jetzt soll ich mal eine Weile mit Javier spielen, dann baue ich jetzt auch wieder ein paar Fette. So, komm, die zerstöre ich noch. Tschüss, Mann. Weggehauen. So, jetzt sieht es aber schlimmer aus für mich. Naja. So, wechseln. Ach, ja, 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 ja. Das dauert ganz schön lange hier, ey. 15. Tag schon. Was soll das denn für eine Wettung sein? Uns fehlen noch vier Bauten. Und tschüss. Ja, ja, können wir uns denken, ne? Oh. Ja, können wir uns auch denken. Alter. Und nein. Jetzt wird nur der eine Mensch da zerstört, der schon so lange da versucht einzunehmen. Das darf nicht passieren. Oh Gott, ey. Sie würde anfangen, alles wieder zurückzuerobern. Das geht so nicht. Knacks. So, noch drei Sachen fehlen. Halt. Nicht mal. Ein Knacks. So, noch zwei fehlen. Ähm. Und das wäre das. Und das hier oben. Müsste doch zu schaffen sein. Verdammt, ey. Jetzt kommt ihr ja echt wieder angeschissen. Und hat natürlich einen Raketenwerfer am Anschlag. Oh Gott. Den kann ich auch gar nicht so weit fahren. Äh. Na toll, das wird nicht klappen. Und die ist ja auch so stark. Obwohl, ob sie das schafft? Ich probiere es mal. Vielleicht bleibe ich da mal mit drei übrig oder sowas. Und dann, ähm. Ähm. Ja, wisst ihr was denn? Was soll's? Opferrolle hier. So. Eingemauert. Dem passiert erstmal nichts mehr. So. Ein bisschen Schaden machen hier. Äh. Fupp. Juuu. Oh Mann. Was war das denn? Voll das Trauerspiel. Dum 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 dum. Ich muss den hier wegballern. Und dann muss sich da einer raufstellen. Sonst baut sich da einfach wieder was Neues. So. Okay. Dum 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 dum. Halt. Hier werde ich abgeknallt. Nee. Zum Glück nicht. So. Nicht, dass der Speer, mein Speer platt macht. So. Das wird er auch nicht schaffen. Okay. Äh. Ich glaube es ist alles wieder im Not. So. Oh Mann. Ey Leute. Sorry Mann. Aber es wird bloß noch. Gleich bloß noch ein Gebäude. Okay. Das war klar. Autsch. Dann haben wir dann so ein Mist. So. Das wird er nicht schaffen. Das wird sie nicht schaffen. Jetzt aber schnell. Die will ich wieder einnehmen. So. Okay. Es reicht meine junge Dame. Sindetürme. Gebt mir Kraft. Auch wenn ihr nicht vorhanden seid. Hm. Jetzt gebe ich Gummi. Jetzt gebe ich Gummi. So. Dann kann der mal hier. Äh. Wie viel Muni habe ich noch? Vier. Okay. Dann kann der mal kurz wegfahren. Juuu. Auch mal nah ranfahren. Oh. Alles. So. Der geht da hin. Der geht da hin. Er ist schon mal so bereitstellen für. Für die. Für Chess. So. Komm. Das schaffst du jetzt aber. Feuer. Juuu. Alter. Sie hat es nicht geschafft. Okay. Jetzt aber. Er hier. Ein Prozent. Ein Prozent. Ja. Super. Super. Okay. Jetzt rasten wir aus. Mann. Wie spielentscheidend. So was da immer ist. So eine olle Gabe. Und Kampfpanzer. Wir sollten wechseln. Das ist besser so. Immer so nicht heißen. Javier fühlt sich beleidigt. Swing, 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 swing. Alter. Richtig cool, Mann. Richtig cool. So. Heilen. Einnehmen. Bump. So. Dann raufballern. Einfach raufballern. Ja. Bum, 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 bum. Muuu. 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 Yeah. So muss das sein. Da, 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 da. So. Hier wird nichts eingenommen. Hier wird nur kaputt gemacht. Oha, 170%. Bams. Da. So. Dann müsst ihr da hier auch einfach reinhauen, Alter. Versuch. Muuu. Muuu. Hammergut. So. Das schafft ihr auch noch mit Helikopter. Warum nicht? Ja. Gut. So. Dann das oder Dinge. Ich helfe mir auch auf den Sack. 189%. Mann. Muuu. Muuu. So. Ihre Gaben sind natürlich auch gleich wieder voll. Aber hey. Aber hey. Was soll's. Nee, dann doch lieber den hier. Okay. Und wir haben gleich gewonnen. Außer nee. Ach nee. Ich kriege auch nochmal Schaden jetzt gleich. Wenn sie ihre olle Gabe macht. Dann drückt das hier aufs Gemüt. Aufs Gemüt. So. Okay. Ach, haha. Ja, ja, ja. Ja. Häuserkampf. Autsch, auutsch. So, oder so. Drei Züge jetzt noch. Boom. Alter. Voll stark. Okay. So ein Mist. Aber naja. Ich gehe mal nochmal Rang A oder Rang B. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst zu fragen. Ja, 102%. Ey, voll geil. Boom. Und tschüss. So, dann. Einfach noch schön hier. Ein bisschen sammeln. Ein bisschen die Punkte sammeln. So, indem man hier schön viel weghaut. So, dann. Tschink, tschink. Dann müsste der Speer hier. Ah, so gut ist er ja gar nicht. Aber er hier ist richtig good. Ja, auch nicht so gut, aber naja. Boom, boom, boom. Ja, voll abgeschossen. Aua. So, nochmal. Tschüss, Mann. Speer. Oh, yeah. So, und dann auch hier. Haben wir jetzt ein bisschen schön noch was zur Absicherung. Ähm. Ja, okay. Ne? Das wird es gewesen sein. Wir haben gewonnen. Oh, mein Gott. Er will es nochmal winnen. Nein, dürfte sie schaffen. Autsch. Das dürfte er auch schaffen. Autsch. Und das dürfte sie auch schaffen. Oh, 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 oh. Ne, doch nicht. Gut. Wir haben gewonnen. Wartet, kann ich noch ein bisschen Damage machen? Kann ich hier noch irgendwas hundertprozentig zerstören? Ne, doch den hier aber, oder? Ja, Mann. Geil. Boom. So. Ähm, den hier vielleicht noch? Ne. Na ja, dann. Na ja, dann lassen wir es. Und wir haben... Zack. Ja. Na, sowas. Wir haben schon verloren? Schon, nach fast einem Monat, ja. Tja, eure Läufer sind uns wohl nicht gewachsen. Also, er gib dich oder lauf schnell weg. Haha, was für eine nutzlose Waffe, dieser Läufer. Es ist halt eine Erfindung von Cat. Ach, jetzt auf einmal. Hä? Na, wenn ich sie mir ausgedacht hätte, wäre sie noch viel besser. Aber Kätzchen müsste sie ja unbedingt alleine erfinden. Mit diesem Handicap konnte ich gar nichts gewinnen. Das soll ja wohl ein Scherz sein, oder? Na, du sprichst wahre Worte, Candy. Es ist alles Cats schuld. Die Niederlage hat nichts mit dir zu tun, Candy. Candy ist schön. Danke, toll, Jugga. Das ist wahr, oder? Das war nicht meine Schuld. Es war Cat, die diese vollkommen nutzlose neue Waffe erfunden hat. Vorhin hat sie etwas ganz anderes erzählt. Haha, sei still, Kleiner. So ein schwaches Waffensystem brauche ich nicht. Wollt ihr es haben? Hahaha. Hehe, auf Wiedersehen. Wir treten den Rückzug an, Mann. Und diese drei Gestalten gehen mir richtig auf den Zeiger. Es sieht so aus, als gäbe es innerhalb von Black Hole Zankereien. Ich bin froh, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ja, jetzt müssen wir die Konstruktionspläne suchen gehen. Colin? Ja, meine Schwester? Ich habe sie gefunden. Die Konstruktionspläne des Läufers. Sehr gut. Jetzt können die Armeen der alliierten Nationen ebenfalls Läufer produzieren. Es ist eine ziemlich große Waffe. Wir müssen herausfinden, wie man sie am besten einsetzt. Man darf die technischen Fähigkeiten von Black Hole nicht unterschöptern. Na, das stimmt. Die bringen ein merkwürdiges Waffensystem nach dem anderen raus. Jetzt können wir mit denen mithalten. Alle Einheiten vorwärts. Beim nächsten Mal setzen wir unsere neue Waffe ein. Oh mein Gott. Ja, ein Donnerrang ist. Ah, schön. Wir waren doch recht schnell noch. Los, wir haben zu viele Einheiten wieder verloren. Wir haben erst einmal Rang A. Okay. Ach ja. Wir ergänzen uns exzellent. Ein Vorteil für uns. Ah, ich glaube, Romantik liegt in der Luft. Oh mein Gott, er ist ein Romantiker. Er ist vermutlich Spanier. Gleich fängt er ja an, bis Iqua zu tanzen. So. Okay. Leute, alle Bonus-Missionen sind geschafft. Im Kasten. Und jetzt kommt die nächste Mission wieder gegen zwei normale... Gegen zwei fiese Typen. Gutes Omen. Erstmal saven. Yeah. Also dann, vielen Dank für... Oh, im Wasser. Okay. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Parfell-Fahrts-Boss. Ciao. Ciao. Ciao.